Also vom Laszlo muss ich sagen, das What a Wonderful World war besser, obwohl es ja so Kermit-Stimme eher war, als das You Are So Beautiful, weil da hat er zum einen die Stimme nicht so richtig hingekriegt, hat es aber sozusagen versucht, so Joe Cocker-mäßig zu singen, kriegt es aber nicht richtig hin. Und es waren mehrere Stellen katastrophal schief, woran man dann merkt, er singt halt nicht wirklich nach Wissen, wie Singen geht und kann auch gar nicht diese Stimme in der Art und Weise erzeugen, wie das geht, sondern er versucht sie zu imitieren. Also es ist eher sozusagen eine Stimmimitation, was er macht, als es wirklich zu singen und wenn man das natürlich lange genug übt, kriegt man das irgendwo hin und bei diesem Joe Cocker und auch bei dem Armstrong ist halt der Vorteil, man muss oft gar nicht Töne treffen, sondern sozusagen eher eine bestimmte Kratzigkeit in der Stimme hinkriegen, was er ja teilweise hinkriegt. Teilweise war das ja You Are So Beautiful ganz gut gesungen, aber dann waren halt Stellen sozusagen, wo es wirklich ein richtiger, klarer Ton getroffen werden musste und das hat er dann, na, versemmelt, also das ist jetzt nicht so toll, wie man da tut, aber naja, die Leute wollen ja keine ehrliche Meinung bzw. ehrliche Einschätzung zu einem Können haben oder so, sondern die Leute feiern einfach irgendwas, weil sie es noch nie gesehen haben. Es ist ja eher so eine Art Kuriositäten-Show, was man beim Supertalent macht, von daher. Aber ich dachte mir, ich merke das mal einfach mal an. Also, das war's noch mal an. Vielen Dank.